Folge uns quer durch die Stadt und zu Ihren Menschen. Höre Aktuelles, Geschichten und Unerwartetes. Radebeul im Ohr. Überall da, wo es Podcasts gibt. So, liebe Radebeuler, Radebeulerinnen und Freunde von Radebeul. Es ist wieder ein Mittwoch, ein Mittwochnachmittag, heute bei verregnetem Wetter. Der Blitz zum Spitzhaus ist trotzdem gut. Insofern steht dem Podcast nichts im Weg. Nachdem wir letzte Woche ja die Helena Weiß zu Besuch hatten, also eine junge Radebeulerin, die gesagt hat, okay, ich möchte unbedingt weg aus Radebeul, weil einfach dieses spießige Kleinstadtleben für sie nichts mehr war, haben wir uns gedacht, okay, dann könnten wir ja einfach mal gucken, was wir international so im Angebot haben. Und da hätten wir gar nicht weit gucken gebraucht und haben auch gar nicht weit geguckt. Da haben wir dann unseren Kollegen, den Markus Bochus, den ich heute ganz herzlich begrüße. Hier, der sich sehr mit internationalem Jugendaustausch beschäftigt und auch schon seit Langem beschäftigt hat. Wir haben die Nera hier, der Nachnamen nicht leider nicht aussprechen kann, aber dazu kommen wir ja näher, dann kannst du es dann selber nochmal sagen, wie sie mit Nachnamen heißt. Jedenfalls auch eine Kollegin bei der JUCO, die ihre Wurzeln in Bosnien hat. Und ich denke, das ist auch eine sehr interessante Geschichte. Und natürlich begrüße ich wie immer unseren Robert, der auch wieder mit von der Partie ist. Und ich denke, wir starten einfach mit dem Markus. Markus ist zudem noch Radeboiler, in Radeboil aufgewachsen. Und vielleicht kann er ja da auch was Kurzes dazu sagen, ob es ihm in Radeboil auch so schlecht ergangen ist oder ob er das in den 80ern auch so gefühlt hat, dass er unbedingt weg musste. Das wäre vielleicht ein ganz guter Einstieg. Also wir halten es wieder so, dass du so eine Minute hast und Nera so eine Minute. Und wenn es zwei Minuten wären, ist es auch nicht schlimm. Markus, schön wäre, wenn du uns was über dich erzählst. Also ich bin der Markus, wie gesagt. Bin in Radeboil geboren, wie schon gehört. Aufgewachsen, habe meine Kindheit und Jugend hier verbracht. Und kann es in gewisser Weise nachvollziehen, weil ich bin auch dann Anfang der 90er weg aus Radeboil, weil es mir zu ruhig und zu miefig war. Zumal ja unser geliebter Jugendclub, die Sekte, die Sektkellerei oder 10. Weltfestspiele, wie es damals genannt wurde, dann auch geschlossen wurde in den 90ern. Und da gab es eigentlich für die Jugend, also für mich zumindest, auch keinen Punkt mehr hinzugehen irgendwo. Und deshalb kann ich diese Geschichte schon nachvollziehen, weil auch meine Schulzeit war jetzt nicht unbedingt so toll, aber da muss ich glaube ich nicht so viel erzählen dazu. Du erzählst nur das, was du erzählen willst. Und ansonsten bin ich dann nach Dresden gezogen in die Neustadt und habe da ein schönes Leben gehabt als junger Mensch. Ich wohne jetzt mittlerweile in Meißen, wo es auch sehr schön ist und arbeite bei der Juco als mobiler Jugendsozialarbeiter. Bin unterwegs in Radeburg-Moritzburg-Niederau und zu der Tätigkeit als Streetworker gehört dann auch in Ferien Angebote zu machen für Jugendliche. Dazu gehört dann auch Austausch, internationaler Austausch, wie Peter schon sagte. Was mir sehr am Herzen liegt, weil der Blick über den Tellerrand, den sehe ich schon sehr wichtig für Jugendliche und habe das auch immer wieder beobachten können in Bosnien dann. Also wir haben unsere Reisen nach Bosnien viermal insgesamt gemacht und dort bosnische Jugendliche getroffen, dann zuletzt auch griechische Jugendliche dabei gehabt. Und das waren am Ende so um die 60 Jugendliche Gewusel ohne Ende. Riesendinger, was wir da gemacht haben, Workshops, Touren durch Bosnien, alles Mögliche. Darauf werden wir ja später nochmal eingehen, dass wir da ein bisschen was darüber erfahren. Ja, also Peter hat ja ein bisschen was schon vorweggenommen. Hottisch heiße ich mit dem Namen Peter. Hottisch. Übrigens bei der Juko schon seit sechs Jahren. Vielleicht so mal, um das aufzurunden. Ja, genau. Also du hattest ja schon erwähnt, also ich komme aus Bosnien, dort habe ich mein Abi gemacht und nach, naja, nach 18 Jahren Leben in Bosnien habe ich mich dann dazu entschlossen, nach Deutschland zu ziehen und durch Markus bin ich dann eben zur Juko gekommen, so zuerst einen bundesfreiwilligen Dienst gemacht im Träger und danach drei Jahre duales Studium und jetzt in der offenen Jugendarbeit gelandet und da auch ganz zufrieden. Also wie es dazu gekommen ist, dass dich Markus mitgebracht hat hier nach Deutschland, das ist auf jeden Fall auch eine witzige Geschichte. Können wir ja mal bei Markus nachhaken, weil jetzt haben wir mal wieder einen Vertreter, der hier von früher erzählen kann, so. Und war das früher, also vor der Wende, ja auch eine Gegend so mit reichen Leuten und Willen und spießig, wie das jetzt in unserem letzten Podcast so beschrieben wurde? Und das war schon sehr konservativ in Radebeul, so wie es jetzt auch ist, kann man sagen, und auf eine andere Art und Weise. Also es gab so viele, die eine Gartenerei hatten, die schon ein bisschen zu Kohle gekommen sind. Und das ist ja auch geteilt, Radebeul, also ich bin aus Radebeul-Ost. Und da gab es, gibt es ja die Weinberge, dort wo schon die geobnere Gesellschaft gewohnt hat, damals auch schon. Und dann gab es unterhalb der BNP-Straße damals, jetzt die Meissnerstraße, war dann so die Industrie angesiedelt. Dort waren so mehr die normalen Leute. Ne, Quatsch, aber das hat sich dann schon damals so ein bisschen geteilt, kann man sagen. Und das gefiel mir schon damals nicht so gut, aber das ist eigentlich zweitrangig, weil prinzipiell meine Kindheit und Jugend war auch schön in Radebeul. Bis zu dem Punkt eben, wie ich schon sagte, wo es dann natürlich mehr zu sehen gab und Anfang der 90er, Ende der 80er schon. Und da hat es mich einfach rausgezogen. Also ich habe zuletzt, also ich habe ja gelernt hier in Radebeul, im Frühgemüsezentrum, als Gärtner habe ich dann aber nicht gearbeitet, weil mir das doch nicht so mein Ding war. Und habe dann in der Buchhandlung, in der Lösungsbuchhandlung auf der damaligen Hauptstraße, oder ist es jetzt eine Hauptstraße? Ich glaube ja, ne? gearbeitet und habe dort im Lager die Literatur für die ganzen Betriebe, die Parteiliteratur verpackt, die dann die Leute vom Betrieb abgeholt haben. Da war so vom AWD, verschiedene andere Betriebe, die es hier gab. Und habe dabei Westradio gehört, und das war gerade so 89, und kam dann so die Meldung schon, dass am Hauptbahnhof sich ein bisschen was tut und sammelt. Und das hat mich natürlich sehr beschäftigt und bin dann auch abends ständig nach Dresden. Also am 4. Oktober am Hauptbahnhof, wo es losging, war ich dort. Habe mir das mal ein bisschen angeguckt, mehr so aus Interesse. Und es war schon eine spannende Sache dann, also das weiter zu beobachten und dabei zu sein. Heute würde man sagen, politisch interessiert? Also war das so? Warst du politisch interessiert oder ging das gar nicht anders, dass man das damals sein musste? Naja, was heißt, eher mal so, sagen wir mal so, dem damaligen System jetzt nicht so begeistert gegenüber eingestellt und da schon den Wunsch nach Veränderung in mir tragend, also gerade Reisefreiheit war so ein ganz großes Thema bei mir, die natürlich wahnsinnig gegeben war. Und da hat mich das schon interessiert. Also ich war jetzt nicht so einer, der da auf die Züge aufspringen wollte. Das fand ich schon ein bisschen übertrieben. Das gab es ja wirklich, dass da mich nicht dahin. Mich hat das schon bewegt, dass die Massen dort sich zusammengefunden haben, um doch schon was zu verändern und zu bewegen. Das hat mich schon beschäftigt. Das gefühlt ja dann auch dahin, dass ich am 7. Oktober, nee, am 9. Oktober war das, glaube ich, genau. Oder am 8. Oktober, ich weiß gar nicht mehr genau, als es dann anfing friedlich zu werden, als dann die Gruppe der 20 gebildet wurde an der Bargerstraße, Hauptbahnhof. Und also dort an dem Abend war ich dabei, unmittelbar in der Nähe und das war auch eine sehr bewegende Sache, weil dann, ich weiß nicht, erzähle ich jetzt zu viel, oder? Gut. Weil dort kam es dann wirklich dazu, dass ein Dialog entwickelt wurde. Die Gruppe der 20 wurde ja benannt, die dann am nächsten Tag mit den Forderungen, die dort gestellt wurden, bei der Demo zu dem Bürgermeister Berghofer eingeladen wurden. Und dort kam es dann zum ersten Dialog in Dresden, wo man vorher natürlich nie wusste, ob jetzt geschossen wird oder sonstige Maßnahmen ergriffen werden. Das entspannte sich dann dort schon an dem Abend. Und das war natürlich sehr bewegend, dort dabei zu sein. Also ich stand dann dort, das war ja so Front, Front, also eine Front von Polizei mit Schilden und Hunden und allem, was dazugehört, Wasserwerfer und auf der anderen Seite Demonstranten, dazwischen vielleicht so 50, 60 Meter mehr nehmen. Und keiner wusste, was passiert jetzt. Und dann kam eben einer aus dem Demonstranten aus der Menge und ging ganz alleine rüber da zu diesem Polizeiverband. Und das war, glaube ich, der Zimmer, der Subintendent von der Kirche damals. Und war es mal eine Weile nichts. Alle haben so gedacht, na gut, was passiert jetzt mit dem Mann? Und auf einmal sah man eine einsame Kerze dort im Polizeilager angehen. Und das war natürlich dann so ein Zeichen, da hat sich irgendwas getan und es ging absolut auf Schrei der Begeisterung durch die Leute. Und es war schon cool, das mitzuerleben. Und wie gesagt, der hat dann dort den Dialog begonnen und es kam dann eben dazu, dass die GoTher20 gegründet wurde. Das hast du alles gesehen? Alles, na klar. Also, na ja, ich war zufällig dabei. Es war ein Demonstrationszug. Der wurde abgetrennt vorher. Ja, also das war ja immer so ein Zug, der über die Barger Straße ging, wenn man am Hotel Neba damals senkten sich plötzlich Bauzäune runter und dort kam massenhaft Polizei raus, hat einen Kessel gebildet, eingeprügelt auf die Leute. Also mich hat es nicht erwischt, komischerweise, aber es ist auch gut so. Der hintere Teil wurde abgetrennt, der vordere Teil ging weiter zum Hauptbahnhof und dort war ich dabei. Das waren, ich weiß nicht, kann ich jetzt nicht mehr, 2.000, 3.000 Leute so vielleicht von dem ganzen Zug, die es dann geschafft haben bis vor. Okay. Und das Schönste war dann wirklich, da standen wir dann so, als dieses sich so entspannte und so noch so ziemlich euphorisch und dann sagte jemand, hörte ich die Stimme hinter mir, na endlich ist die Scheiße jetzt mal vorbei und dann drehe ich mich rum, da war ein ganz alter Polizist, also ein älterer Herr als Polizist mit dem Helm so untermarm und so, ja jetzt können wir endlich, das ist ja gut jetzt hier und das, und da haben wir uns dann schön unterhalten, ein Geruch zusammen, obwohl vorher eben diese massive Anspannung war, aber okay, noch wusste was passiert. Und das war eigentlich so schon absolut bewegend, wenn man das dann so mal miterleben kann. Die Zeit, die kommt nie wieder zurück, das war schon eine ganz verrückte Zeit. Aber das war ja letztendlich der Türöffner für dich, auch in die Welt sozusagen, dass sich eben dann am 9.11. die Grenzen geöffnet haben und insofern ja dort für uns alle auch die Freiheit letztendlich, was heißt Freiheit, aber die Möglichkeit, es sich ergeben hat, auch wirklich andere Länder zu besuchen, was man vorher ja nur eingeschränkt letztlich konnte. Also die Länder, wo man gedacht hat, das muss man unbedingt mal hin, da kann man nie hin. Wie alt warst du da? 19. Also 89 war ich 19. Und ich habe das dann auch genutzt, die Freiheit mit dem Kumpel. Wir sind dann nach Mittelamerika und haben dort zwei Monate oder so verbracht und waren im Dschungel bei Indianern und alles Mögliche und in Costa Rica, Nicaragua, Panama. Okay. Das war schon. Hast du ein richtiger Traveller? Nein, damals. Ja, das war echt cool. Also das ergab sich durch Zufall. Der Kumpel sprach mich an, Intersekte, also mit dem habe ich mich immer getroffen, Intersekte. und der so, hast du nie Lust hier mal in Lateinamerika? Ich habe einen Kumpel, der hat dort studiert und der lädt mich ein, ist da noch jemanden mitbringen und das ist noch klar, cool. Hatte absolut kein Geld. Ich habe dann den Dispo-Kredit überrissen, aber dachte, das musst du jetzt machen, weil das so eine Chance bietet sich nie wieder und ich habe es auch nie bereut. Cool. Also in der Work and Travel ja eher nie, weil du hast ja dort nie gearbeitet, aber so voll mit Rucksack und nie wie die meisten Ossis dann irgendwie, Entschuldigung, wenn ich das so sage, in so Hotels und so schön raus. Nee, haben wir eigentlich damals, wo wir jung waren, haben wir das nie gemacht. Die meisten Ostdeutschen, die sind wahrscheinlich dann nach Österreich erstmal gefahren, aber das war eigentlich unser Ziel, unsere Mutti und Vardis und so. Wir sind jetzt alt, wie unsere Mutti und Vardis damals. Aber wir, wir hatten ja andere Ziele. Wir wollten einfach nur cool sein. Cool. Warst du denn ein linker Jugendlicher danach? Also so nach der Wende oder eher so links orientiert? Also ich war noch nie, bin so jetzt noch nie links nach rechts. Also wenn, dann sehe ich mich als Humanist. Also mit, ja, also, weil, kann ich auch erzählen, ich war in Radebeul in der jungen Gemeinde früher und dachte dort meinen Seelenheil zu finden, aber hast du nie. Als ich dann, als ich rausstellte, dass ich starker Heavy-Metal-Fan bin, hast du rausgeschmissen, oder was? In der jungen Gemeinde, wurde gesagt, das ist Teufelsmusik. Das hast du bei im Liederbuch nicht gefunden. Da wurden Vorträge gehalten, was alles ganz Schlimmes an Musik und Black Sabbath vor allen Dingen und mit Teufelsanbetung und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, na gut, also das ist jetzt mir auch so indoktrinär. Das ist ja auch nichts anderes, als dann von der staatlichen, schulischen Seite her. Da habe ich mir gedacht, ne, da machst du dein eigenes Ding und das halte ich bis heute so. Also wir haben mich nie irgendwo in eine Strömung reinbegeben, sondern habe mein eigenes Ding, was ich mache. Sehr gut, sehr gut. Nera, wie bewegend war denn deine Jugend oder Kindheit? Kindheit und Jugend, ja. Naja, ich würde schon sagen, dass das insgesamt, dass ich sehr, sehr gut hatte so in meiner Heimat. Ich komme ja aus eher so, naja, bürgerlicher Mitte, so. Meine Familie hatte jetzt nie irgendwie Probleme mit dem Geld oder so wie jetzt vielleicht viele andere von, ja, Menschen, die irgendwie mit mir, Kindern, die mit mir in die Schule gegangen sind oder so. Aber für mich war es, glaube ich, spätestens 2010 klar, dass ich auswandern werde, als mein Bruder nach Deutschland gegangen ist. Der war 18 und hatte auch nach dem Abi vor, zu studieren und ist dann zu meinen Großeltern nach Karlsruhe gezogen und hatte da ein Visum bekommen und Studienzulassung und hat dann sein Studium begonnen und ich dachte mir so, okay, irgendwie, ich will auch bei meinem Bruder sein und das schien so ganz fremd und so weit weg und gleichzeitig so cool, sodass es schon irgendwie klar war, dass ich ziehen werde, so aus Bosnien. und ich glaube so, im Nachgang, wir hatten ja eh die Überlegung gehabt, ob ich vielleicht mit 16 irgendwie noch eine Chance habe, eher abzuhauen aus Bosnien und es war tatsächlich auch so ein bisschen was in Planung und dann hatte ich es nicht gemacht, so und jetzt freue ich mich auch darauf, dass ich das so eigentlich alles bis zum 18. Lebensjahr in Bosnien mitgenommen habe, was ging so an Party, an Partys und an Teenage-Leben und konnte auch diese Sozialisation, die bosnische Sozialisation genießen. Die musst du erklären? Was ist das? Wie wird man in Bosnien sozialisiert? Ich glaube, dass das ein riesengroßes Thema ist und ich glaube, das sind so Identitätsfragen, die mich bis heute noch beschäftigen, was das überhaupt bedeutet, irgendwo ganz anders aufgewachsen zu sein und dann hierher anzukommen und die Dinge, die man so gelernt hat, die man mitbekommen hat, so von so ganz kleinen Sachen, was bedeutet denn so Sitte zu Hause, wie empfängt man Gäste, wie verhält man, wie grüßt man Leute, wie begrüßt man Freunde oder Bekannte und so weiter, es sind so ganz kleine Dinge bis hin zu größeren Dingen, was so moralische Richtlinien betrifft und so weiter, also alles das, was ich so mitgenommen hatte bis zum 18. Lebensjahr und dann hierher zu kommen so und mich dann zu fragen, was mache ich jetzt mit all diesen Sachen, die ich mir angeeignet habe, so werde ich die jetzt behalten oder werde ich alles wegschmeißen und mich hier komplett irgendwie anpassen und versuchen eine Verschmelzung mit der neuen Umgebung hinzukriegen. Ich glaube so, das sind so Sachen, die, ja, das dauert. Und über welche Werte und Sitten warst du am meisten verdutzt, weil die nie ankamen? Nee, also verdutzt oder extrem überrascht. Aber sag doch mal was zu den Unterschieden, also wenn du jetzt, also jetzt, wenn du so kulturelle Unterschiede ansprichst, muss es ja jetzt auch was geben, was du, was du eben, was hier anders ist als bei dir zu Hause gewesen. Na, so Beispiele sind tatsächlich, also was mir häufiger einfällt, Robert, du und ich hatten es in einem, bei unserer Ferienfahrt, glaube ich, letztes Jahr war das, genau dieses Thema, auch so, dass man deutlich den Menschen näher steht. Wenn man mit denen spricht, ist man ja auch so, haptisch unterwegs und manchmal fasst man die an, weil man ganz viel gestikuliert und spricht und so und dann fasst man den Menschen an, an der Schulter und ja Mensch, das war so und so und dann habe ich immer mal so gemerkt, oh, das ist jemandem jetzt doch zu nah, wie ich so drauf bin oder häufig so, ich als Frau, wenn ich mich so mit anderen Männern unterhalten habe, hatte ich auch so ein Stück weit den Eindruck, oh, die denken, ich mag sie jetzt besonders dolle, weil ich so, weil ich sie so anfasse irgendwie, während ich spreche, um, ja, weil ich es so kenne, weil es so bei uns normal ist und das ist das ein Beispiel, wo man so ein, wo man so einen Unterschied wahrnimmt, ne, dass man, dass dieses Nähe-Distanz-Verhältnis verhält sich, finde ich, ein Stück weit anders, jetzt Bosnien zu Deutschland, so, das war eins der, der Unterschiede, so, wie passt man sich an und wie kann man diesen Ton auch treffen, so, genau. Aber wozu sie anpassen musst du dich an, du bist ja du. Ja, das sehe ich auch ein, aber bis man, gibt es eher am Ende auch so Mentalitätsmonster. Ich nenne es jetzt mal nicht so. Aber Fakt ist einfach, dass das ein langer Prozess ist, um das so zu verstehen, welche Sachen möchte ich beibehalten, so, und auch diese Heimatfrage, die ja direkt daran gekoppelt ist, ne, also am Anfang, so zwei Jahre nach meinem Umzug, hatte ich das Gefühl, dann richtig dolle, dass es klingt, dass ich nirgendwo reingehöre, weder nach Deutschland noch nach Bosnien, weil wenn ich in Bosnien bin, nennen die uns so Diaspora und Ausländer, tatsächlich genau so Ausländer, aus dem deutschen Wort, vom Ausländer, die sagen auch unten Ausländer zu uns, weil es halt, ich sage schon unten, in Bosnien, was ziemlich krass ist so und wenn ich dann hier bin, ist es irgendwo auch klar, ich meine, Integration läuft ja, so, Bei dir jetzt. Ja, ja, aber Fakt ist, irgendwann erinnert mich die Ausländerbehörde daran, ey, du bist ja hier erstmal zu Gast, so, oder du wirst hier erstmal geduldet, ne, und zwei Jahre nach dem Umzug, hatte ich das Gefühl, scheiße, ich bin richtig in einer Krise, so, und ich habe gar keine Heimat, ich gehöre nirgendwo mehr rein, ne, und bis hin zu dem Gedanken, dass man vielleicht zwei Heimatorte hat, so eine Wahlheimat, und eine Heimat, in die man hineingeboren wurde, so, das ist ein langer Prozess. Wo genau in Bosnien bist du aufgewachsen? Im Nordwesten, also in der Unasana-Region, der, da geht die Reise eigentlich auch bei uns los, da haben wir uns kennengelernt, Markus, du und ich, ähm, genau, in Bosnien, Otto K., und so heißt es. Reise können wir mal kommen, aber ich fand, was ich unbedingt nochmal ansprechen wollte, weil ich das, das fand ich das Faszinierendste, du hast ja in Bosnien Deutsch gelernt, erzähl mal wie. Jetzt komm mal jetzt, jetzt willst du mich in die, in die Rolle dazu bewegen, zu sagen, Fernsehen bildet. Ja. Du hast über, über deutsches Fernsehen, ohne Untertitel, sondern einfach, oder? Ja. Du hast deutsches Fernsehen geguckt und danach darüber Deutsch gelernt. Robert, du hast es jetzt eigentlich erzählt, dann können wir die, die Frage, gut. Sorry. So, nee, aber vielleicht jetzt, vielleicht kann ich die Frage beantworten, wie es dazu kam, dass wir überhaupt deutsches Fernsehen hatten. Ja. Also, nach, nach dem Krieg, ähm, 95 hat der Krieg, äh, ein Ende gefunden und, und 99 bin ich, bin ich geboren und meine, meine Eltern hatten sich einen deutschen Receiver geholt und die waren nicht die einzigen, so. Es gab noch ein, bei uns im, im kleinen Ort, so, äh, gab es auch noch ein, paar andere Familien, die sich zu dem Zeitpunkt auch irgendwie Fernsehen, äh, oder solche Receiver aus dem Ausland geholt haben oder mit, mit ausländischen Fernsehprogrammen und, also, den Bezug zu Deutschland, der hat ja schon existiert, ne, also mein, durch den Receiver. Nee, durch meine Großeltern. Genau, jetzt haben wir hier jemanden, der zuhört. und jemanden, der nur Fragen stellt und sie für mich beantwortet. Ähm, nee, tatsächlich, durch, durch meinen, meinen Opa, der kam ja als Gastarbeiter Ende der 70er Jahre, Anfang 80er Jahre, ich kann jetzt nicht das, das genaue Jahr sagen, ähm, 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 also, es gab ja schon einen Bezug quasi, für uns war ja Deutschland existent, äh, von dem her, ähm, genau, und, und dann kam der Krieg, meine Oma war ja schon zu meinem Opa dann gezogen, irgendwann Ende der 80er Jahre und, und, Anfang 92 hieß es, okay, Krieg geht los, so, meine Mutter hatte meinen Bruder bekommen, der war 13 Tage alt, als, äh, losging zu ballern, äh, und, und mein Vater wurde eingezogen und, und konnte nicht weg und für meine Mutter hieß es jetzt, okay, wird sie jetzt bleiben oder, oder wird sie auswandern, weil gab ja halt jemanden zum Auswandern hin, ne, also meine, ihre Eltern sozusagen und, ähm, sie hat sich dagegen entschieden und blieb, äh, unten und, und mein Bruder, also, sie hatten ja eine Familie, also meine Mama, mein Bruder und, und mein Vater, der dann im Krieg war und, ähm, und mein Onk, der ist dann 92 quasi zu seinen Eltern gezogen, der war damals 16, ne, also, als ich auf die Welt kam, gab es schon mehrere Menschen aus meiner Familie, die schon in Deutschland waren, also war es jetzt gar nicht so abwegig, dass man sich irgendwie deutsches Fernsehen reinholt, ja, aber auf meinem Receiver sind auch englische, türkische und was für immer für Programme, deswegen gucke ich die ja trotzdem hier und lerne dann die Sprache, also, solltest du vielleicht, 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 äh, es muss ja ein besonderes Auslöser gegeben haben, oder hast du, weil du, Thomas Gottschalk so toll fandst, oder was? Nee, wir hatten ja nur deutsches Fernsehen, nur, wir hatten, wir hatten nur deutsches Fernsehen zu Hause und jetzt kann man die Frage stellen, so, krass, dann wie viel Fernsehen hast du denn konsumiert? Nee, aber ich glaube, wenn ein Kind, ich, ich bin mir nicht sicher, also wie jetzt wissenschaftlich das denn so fundiert ist, aber es, es gibt wohl eine Grenze, bis wann man einem Kind eine Sprache beibringen kann, dass es jetzt, ähm, weitestgehend akzentfrei diese Sprache beherrschen kann, und, und ich war scheinbar jünger als diese Grenze sozusagen und, und konnte es dann verinnerlichen, problemlos, so dass wir uns jetzt irgendwie, es scheinen ja auch sehr alltagsnahe Sendungen gewesen zu sein, was hast du denn geguckt? Ich glaube so, Bronn hat es ja mit Super RTL und, und Nickelodeon, früher erst mal Spongebob, Spongebob und, und alles, was dazugehört hat, so American Dragon auf Super RTL und, ja, die Teletubbies können wir ja Deutsch nie gelernt haben, das kannst du nie, weil die sagen von Spongebob eigentlich auch nie, aber, na, na schon, und ist das, dieses, ist es ja wirklich bewundernswert, das zu, also, für mich sprichst du akzentrieren, in Freideutsch und, und insofern, hast du generell ein Sprachtalent oder, oder ist das, oder hast du das mal ausprobiert oder ist das jetzt wirklich nur die deutsche Sprache, weil du eben schon mit zwei Jahren angefangen hast, schlechtes deutsches Fernsehen zu schauen? Ähm, das, das weiß ich nicht, da habe ich nicht länger nachgebohrt, ich spreche Englisch, aber wie die meisten Menschen meiner Generation spreche ich Englisch, so von dem her, ich kann mir, ich kann mir vorstellen, dass eine gewisse Veranlagung vermutlich da ist, ne, aber ob das jetzt irgendwie nur damit zusammenhängt, dass ich wahnsinnig jung war und quasi das alles einfach mir merken konnte und das dann aussprechen konnte, indem ich es nachgemacht habe, wie die Menschen im Fernsehen das gemacht haben, das weiß ich nicht, von dem her, ja. Hast du denn deine Großeltern in Deutschland besucht und konntest das dann so anwenden, oder war das eher? Gute Frage. Danke. Die Antwort lautet erstmal nein, weil Bosnien ist, in Klammern ist immer noch nicht in der EU, das bedeutet bis von, ich weiß gar nicht, wann das, wann dieses Jahr war, als es hieß, wir dürfen visafrei einreisen, vielleicht 2011 oder 12, genau, also aber bis davor hieß es, man muss ein Visum beantragen und diese Prozesse haben ellenlang gedauert und es war sehr teuer, so von dem her habe ich meine Großeltern in Deutschland nie besucht, die sind dann immer zweimal im Jahr und mein Onkel und seine Familie sind immer dann zweimal im Jahr runtergekommen, so und ich hatte mich gefreut und ich war, also bei mir in der Schulklasse gab es noch ein paar andere Kinder, die auch Deutsch gesprochen haben und die auch Familie in Deutschland hatten, die in der Kriegszeit ausgewandert sind oder davor so und das war ziemlich krass, ich hatte mich immer, ähnlich vielleicht wie Markus und Peter und ihr insgesamt so über diese Westpakete euch gefreut habt, waren es für mich auch Westpakete tatsächlich, weil ich trug damals Klamotten von H und M und C und A und ich habe mich so toll gefühlt, einfach, weil das waren die coolsten Klamotten, die kamen aus Deutschland, so und es gab auch ein paar andere Kinder und ich hatte, ich kann mich erinnern, mein Onkel hat mir eine Wii-Konsole geschenkt und danach hatte ich noch eine Nintendo, also so eine Nintendo 3DS, als es rauskam und diese Konsole hatte ich auch und das Witzige war ja am Ende, also nicht witzig, aber eher so traurig, aber am Ende war ich die Einzige so in der Klasse mit noch einer Freundin, die überhaupt diese Konsolen hatten, die gab es in Bosnien gar nicht zu kaufen. Echt, ja? Okay. Und das ist halt auch so ein Ding, ich konnte ja davon viel profitieren, so, aber anderen, ja, dem ging es nicht so, die hatten das alles nicht. Bist du auch so kleinstädtig groß geworden oder eher dörflich oder wie war das? Ich weiß jetzt nicht, wie man Dorf und wie man Stadt definiert, das ist halt ein kleiner, kleiner Ort, aber die meisten Menschen, ich glaube, Dorf definiert man vielleicht so, dass auch die meisten Menschen mit Landwirtschaft irgendwie über die Runden kommen oder so, aber bei uns gibt es das in der Regel oder sehr, sehr wenig, von dem her, ja, eine kleine, Mini-Stadt. Stadt? Nee, ländlich, ländlich. Es ist schwer für mich, das ist ja auch fast schon mit Radebeul vergleichen, weil es gibt, es gibt dort Betriebe, aber auch Landwirtschaft. Ja, ja. Mit Metallbetriebe, dieses Karosser-Werk und verschiedene andere Sachen. Ja. Okay. Hast du den Ort sozusagen besucht, wo die Nera groß geworden ist in deinen Jugendcamps, die du organisiert hast? Ja, wir sind ja immer durchgefahren und auch haben dort Zeit verbracht natürlich, also das Camp gehört ja einem, was ist denn Samir? Naja, offiziell ist das ein, der hat. Offiziell ist das ein Verein, was der hat. über Novenade, dort ist der mit integriert und hat aber privat am Fluss Una, das ist ein wunderschöner Fluss, da ist ja deshalb Una, habe ich gelernt, weil damals, als die Römer dort die Gegend erobert haben, hat wohl der Feldherr gesagt, das ist der einzig schöne Fluss, also der einzige Una ist ja italienisch, eins, so kam es zu dem Namen. Also du kannst mich berichten. Einzigartig, ja, nee, nee, das ist genau richtig. Und genau so ist es auch, also das ist dort ja auch die Ecke, wo es dann zu den Blitwitzer Seen rüber geht in Kroatien und dort wurden ja die Winnetou-Filme gedreht. Also wenn man die gesehen hat, dann weiß man, wie die Landschaft da ist. So, und was wollte ich jetzt sagen? Also was auf der Warncamp, vielleicht nochmal zum Anfang, wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich will eine internationale Jugendbegegnung aufbauen? Das kam so, dass ich befreundet bin mit einem Sänger von Ukrainians, das ist ein, kennt vielleicht jemand, die Band in Dresden, die machen Speed, Polgar, Folk, Punk, und das war ein Kollege von mir damals bei meinem vorherigen Beschäftigten, wo ich gearbeitet habe und bei einem Konzert wurde Geld gesammelt für Bosnien, für das Camp konkret, weil da war gerade 2014 war das glaube ich, ein riesengroßes Hochwasser und da ist da unten so gut wie alles abgesoffen in dem Camp und auch im Erzbereich natürlich und da gab es eben eine Soli-Aktion mit verschiedenen Bands in Dresden, die dann Geld eingespielt haben und dort wurde dann Ura's Hauptpreis, das war so wie so eine Tombola, wo du dann das Geld geben konntest, Hauptpreis konnte einer mitreisen, das war ich nicht, aber dann war noch ein Platz offen und ich habe dort mit dem Kollegen gesprochen, gesagt, ja, das klingt interessant mit dem Camp, da würde ich gerne mal mitkommen, weil da könnte man ja was entwickeln in Kooperation, weil dort gibt es Jugend, hier gibt es Jugend, so hat sich das entwickelt, ja klar, komm mit und da sind wir dann im September, glaube ich, 2014 oder 15, nee 14 war das, genau, da hingefahren mit, mit einem großen Transporter und in Jeep, haben dort ein bisschen Zeit verbracht, verschiedene Leute und ich habe Samir so kennengelernt, den Camp-Besitzer und Vereins, weiß nicht, ob da der Vorsitzende von dem Verein da ist, von Demokratie, Zentrum und so kam es zu der Kooperation mit Samir in Bosnien. Okay, ich wollte jetzt nur mal dazu sagen, falls man jetzt Vögel im Hintergrund hört, wir haben jetzt keinen Effekt dahinter gemacht, aber heute ist es so schwierig, wir müssen jetzt mal das Fenster aufmachen. Entschuldigung, in unserem Podcast- am UNA und haben einfach uns hingesetzt und haben einfach mal das Setting verändert. Ja, ich höre schon die Zügel halt jetzt. Jetzt werden gleich die Fische springen, das wird richtig romantisch, wird das heute mal. Okay, und das hat dich so angefixt, dass du gedacht hast, hier lass mal was entstehen. Genau. Und bin dann mit den Kollegen von der Großenhainer Jugendsozialarbeit die ersten zwei Jahre gefahren, da haben wir uns auch in einem kleineren Raum gehalten, dann habe ich mal versucht, über Erasmus-Programm EU-Mittel zu akquirieren, haben damit natürlich eine große Menge Kohle eingespielt oder bekommen, mit der man natürlich das ganze Ding noch größer aufziehen konnte, konnten dann auch für die Jugendlichen in Bosnien die Teilnahme ermöglichen und das war zwei Jahre dann eine coole Sache und wenn Corona nicht dazwischen gekommen wäre, wird man es wahrscheinlich jetzt noch machen, ist dann ein bisschen abgestorben, wir haben es mal versucht, in Deutschland auch umzusetzen, in Moritzburg, da hat es leider nicht geklappt mit Fördermitteln und deshalb ging es in dem Jahr dann nicht, dann kam Corona und jetzt könnte man mal wieder nachdenken, die Sache zu beleben, aber ich würde es auch gerne in andere Hände geben, wenn Interesse ist, weil es ist schon ganz schön diese Hauptverantwortung hat. Und zu Nera muss ich nochmal sagen, also sie war ja dort als Teilnehmerin das erste Mal dabei und hat sich dann spontan als Übersetzerin zur Verfügung gestellt, das war eigentlich eine absolut coole Sache, weil die Verständigung ging ja schon irgendwie, aber es gab manche Punkte, wo es schon gut ist, wenn man jemanden zum Übersetzen hat und da hat sie sich spontan bereit erklärt und so entwickelte sich auch die Zusammenarbeit im zweiten Jahr, wo Nera dann direkt als Übersetzerin und Bestandteil des Teams schon mit dabei war. Das war übrigens mein erstes verdientes Geld. Wie bist du denn, wie bist du zu dem Camp gekommen? Haben deine Eltern gesagt, so komm mir Ferien, lass mal irgendwo anmelden oder? Nee, Quatsch. Also ich habe so reagiert, weil die Eltern kümmern sich um diese Ferienausgestaltung der eigenen Kinder und so, das existiert bei uns gar nicht und auch so Feriencamps, das ist relativ, also sehr selten. Was macht ihr da in den Ferien oder läuft einfach alles? Also als Jugendlicher, als Jugendlicher und da sage ich jetzt so irgendwie, Menschen ab 13 aufwärts gehen feiern, so das machen die so mit ihren eigenen Ferien und kümmern sich, dass die irgendwo zelten oder dass die sich mit Freunden treffen und so, das passiert alles in Eigenregie und wie ich zu dem Camp gekommen war, ich war in so einer Schüler Assoziation aktiv, das war eine Vereinigung von Schülern, die so diesen Gedanken weitergetragen haben, dass man so versuchen möchte, junge Menschen in Bosnien zu connecten, egal welche Nationalität oder Religionszugehörigkeit die haben und ich sage das jetzt so, weil bei uns in Bosnien ist das jetzt nichts super selbstverständliches, so der Krieg ist jetzt gerade mal 30 Jahre rum so und die Generation unserer Eltern hatte sich noch bekriegt und es gibt ganz viele Teile in Bosnien so, die halt ganz klar da leben diese und da leben diese und da leben diese und das ist dann quasi abgegrenzt und da gründete sich diese Assoziation bei uns und ich war damals 14 und dachte mir, ach, klingt irgendwie witzig, ich will mich irgendwo noch engagieren und dann bin ich so da reingetapst und fand das ganz interessant und bewegend und da ging es los mit so verschiedenen Projekten und so Jugendaustausch Projekten, welche innerhalb von Bosnien stattgefunden haben. Aber alles organisiert von jungen Leuten. Genau, alles organisiert von Selbstinitiative. Genau, Selbstinitiative, aber es gab es schon Jahre vorher und es waren so kleine, also das wurde dann auf Facebook immer mal wieder veröffentlicht und ich weiß gar nicht, wie diese Geschichte von der Assoziation losging, dass es sozusagen in ganz Bosnien dann Standorte gab, wo junge Menschen aktiv waren und die hatten sich dann connected und es ging auch zum Teil also über Schülerhelfen Leben, das ist eine Organisation, die ist deutsch und hat sich in Sarajevo hat ja auch eine Einrichtung und so wie eine Herberge und drin sind so Seminarräume und sie hat sozusagen, diese Organisation hat gesagt, gesagt, okay, wir bieten Plätze, wir bieten irgendwie einen Raum, wo sich die verschiedenen, die Assoziationen aus den verschiedenen Städten treffen können und die haben das noch so gepusht und es wurde mit Fördermitteln der EU finanziert und so und dann wurden da Strukturen gebildet, also war ich Teil der ganzen Geschichte und tingelte so von Sarajevo zu Mostar durch Republika Sipska so und in den Städten da und habe so ganz viele junge Menschen und Jugendliche so, die diesen gleichen Gedanken so getragen haben, kennengelernt und irgendwann hieß es so, wir machen eine Kooperation mit dem Samir und mit seinem Verein und da ist irgendwie ein Camp und da kommen Menschen so aus Deutschland und ey, lass mal irgendwie zu diesem Austausch und es war alles relativ spontan und ich meine, Samirs Camp ist ja jetzt irgendwie ein Kilometer weit weg von meiner Wohnung von meinem Zuhause damaligem Zuhause von dem her hat es ganz gut gepasst so und da war ich so reingerutscht in die Story Und wie war das denn, wie war die Idee von diesem Jugendaustausch also es kamen deutsche Jugendliche zu Bosnischen oder gab es noch mehr Nationalitäten die da mit Na das erste Mal waren wir als Gruppe deutscher Jugendlicher da und haben gedacht gucken wir erst mal so weit fahren wir mal durch da waren wir mit knapp 20 Jugendlichen aus dem Landkreis Meißen die ersten zwei Jahre und haben aber gemerkt da gibt es Kontakte und die ergeben sich spontan und dann habe ich eben aufgrund dessen versucht diesen EU-Antrag zu stellen oder abengestellt und da wir ja dort auch Kosten hatten in dem Camp und auch auf Reisen und sonstige Kosten angefallen sind und die bosnischen Jugendlichen wollten ja gerne beteiligt sein haben wir so gespürt und haben dann entsprechend diesen Antrag geschrieben um auch anderen Jugendlichen die Teilnahme zu ermöglichen dort im Camp mit zu überwarten das hat ja alles doch schon Geld gekostet auch wenn es ein netter Mensch ist wahrscheinlich eher eine Jugendreise oder zu diesen Jugendbegegnungen also was ist könnte das irgendwie sagen was da mehr entstanden ist auch bei den bei den jugendlichen Teilnehmern naja das war ja das Bewusstsein also als Jugendreise war es so dass erstmal das Land die erste Rolle spielte dort kennenzulernen und dann die Begegnung ging es natürlich darum sich auszutauschen miteinander zusammenzukommen und das habe ich ja dann woanders aufgezogen die Camps dann richtig mit Workshops internationale Workshops zur Identität wo komme ich ja wer bin ich und haben dann auch gesehen dass es Parallelen oder Verbindungen gibt unter den Jugendlichen das wollte ich eigentlich das war auch gut festzustellen wollte ich gerne so herausstreichen dass die Jugendliche alle überall das gleiche erleben die gleichen Probleme haben die gleichen Sorgen und Nöte und das hat die Jugendlichen natürlich auch gut verbunden dann da und das war vom Ansatz her ganz anders aufgezogen also das erste war ein Reisen Jugendreisen und das zweite dann Begegnungen zusammenkommen und auch was tun miteinander und hast du das Gefühl dass da für euch jetzt auch nachhaltig was entstanden ist wo die Freundschaften zwischen den Jugendlichen die jetzt immer noch bestehen oder oder wisst ihr das nie habt ihr das dann dem Selbstkaufel letztendlich überlassen also lange lange nach den Camps gab es noch Kontakte weiß jetzt nicht wie es jetzt ist also über Facebook ist ja immer irgendwo Kontakt miteinander und die Kontakte wurden schon ausgetauscht in den Camps und bestehen bestimmt auch bis heute noch kann ich natürlich jetzt nicht unter Beurteilen aber bin mir sicher relativ Wie ging es denn euch mit den deutschen Jugendlichen also war das so ey cool dass ihr da seid oder war da erstmal wirklich so eine lange Kennenlernphase Ach Quatsch also ich würde schon direkt sagen dass da bei beiden Seiten erstmal so eine Neugier war und dass man wer sich dazu entschlossen hat bei diesem Camp mitzumachen dem war ja auch klar eh irgendwie werden wir jetzt mit anderen Menschen kennenlernen und ich meine vor allen Dingen die Leute die von unserer Seite auch da waren die meisten waren ja schon angebunden an die Organisation die ich vorher ja genannt habe wir kannten das ja schon dass man jetzt irgendwie zusammentrifft auf andere Leute und dass man mit denen jetzt irgendwas macht dass es jetzt auf einer anderen Sprache stattfinden wird war eine zusätzliche Info okay ich war jetzt privilegiert und ich konnte mich mit allen unterhalten so ne aber es ging ja auch mit Englisch von dem her ich finde dass das direkt am Anfang gut gepasst hat und dass die Leute Lust hatten miteinander zu feiern und sich kennenzulernen und die Zeit zu genießen und da da ging es ja auch so ich glaube aus der Perspektive von Jugendlichen vorrangig darum so und das war gewährleistet und ein Bonus war natürlich halt eben dass man getaggt hat so okay die sprechen vielleicht eine andere Sprache aber die ticken so wie wir und das ist schön wir haben ja auch wir haben ja auch Graffiti-Aktionen gemacht zum Beispiel hatten Karsten von hier mit und hatten in Bosnien einen Künstler Benjamin Cenkic genau die haben dann in Kooperation Graffiti-Workshop gemacht wir haben dadurch große Bilder gemacht in Biacz das verbindet natürlich auch also dann hatten wir auch mal die Ukrainiens als Band selber mit auf Tor die sind dann durchs Land getort und dort haben wir während dieser Tor ein Video gemacht also die Jugendlichen selber Film gedreht haben das als Musikvideo für die Band praktisch erstellt was jetzt noch bei YouTube steht und ja die hatten ganz viele das waren schon coole Sachen die auch insgesamt miteinander passiert sind wurden dann irgendwelche Vorurteile am Anfang mitgenommen die sich irgendwie nie so bestätigt haben hattest du da im Rückblick irgendwas naja manchmal kamen schon so komische Ansagen von Jugendlichen wo man gesehen hat die waren vorher noch nie irgendwo im Ausland und das ist in Basi noch da gibt es manche Häuser die sehen noch so ziemlich unverputzt aus das gibt aber einen Hintergrund dazu und da kam natürlich manchmal so ja wie das hier aussieht und wer weiß wie die so sind das fand ich schon nicht so gut aber das waren dann am Ende die besten Kumpels mit den bosnischen Jugendlichen muss man wirklich sagen also die Vorurteile wurden ganz schnell über den Haufen geworfen und das war eine Erfahrung die auch fantastisch war wo man gerade heute sagen kann man soll sich einfach mal kennenlernen und erst mal ausgrenzen und so abstrakt irgendjemand mies finden ja das ist ja eigentlich die Botschaft die ihr jetzt auch beide hier im Prinzip raustragt und deswegen war auch meine Frage was der Nachhaltigkeitseffekt war ob man jetzt eben diese Leute die da mit waren und es scheinen ja offensichtlich sehr sehr viele gewesen zu sein ob man die als Sprachrohr auch eben jetzt in der heutigen Zeit gerade immer mal wieder sagt hier wie habt ihr das empfunden in Bosnien ihr habt euch ja aufgrund eurer Kulturen und unterschiedlichen Religionen oder was auch immer da ja auch selbst im Land ist es ja zum Krieg gekommen letztlich und wenn man dann sagt okay da kommen dann Jugendliche aus Deutschland und wir haben alle zusammen gefeiert und eigentlich war es eine geile Zeit und so und da gab es überhaupt keine Differenzen oder unterschiedliche Ansichten sicherlich was du gesagt hast dass es darum geht wie bin ich sozialisiert ihr steht eben Nase an Nase und bei uns ist es ein bisschen mehr Abstand das sind ja Dinge die sind ja überwindbar das ist ja auch genau da kam das sowas kann man ja und ich denke dem einen oder anderen Jungen hat es vielleicht ganz gut gefallen dass es sehr eng war also das ist jetzt nur eine Mutmaßung na Peter das war jetzt mein Punkt aber jetzt mal zurück nochmal zu euch persönlich und Nera wenn du jetzt Nera Hottic um das zu erwähnen das ist mir gemerkt nein nein nochmal das üben wir nochmal wir bleiben dran du hast du bist du nach Deutschland gekommen und hast hier letztendlich Markus kennengelernt die Juko kennengelernt und hast dann gesagt okay ich könnte mir vorstellen sogar in Deutschland zu studieren was du dann auch gemacht hast hast dann Sozialpädagogik studiert und jetzt die Frage bist du in einem Land sozialisiert wo es vielleicht auch noch Probleme sage ich einfach mal in diesem Jugendsozialbereich gibt und dann zu sagen okay ich gehe mit meinem Know-how mit meiner Professionalität zurück in mein Land und versuche dort weiter an der Sozialstruktur zu arbeiten um mit den Jugendlichen dort was aufzubauen was du hier vielleicht schon vorgefunden hast so als fertige Struktur der Sozialarbeit Peter fragst du mich jetzt ob ich mit dem Wissen was ich mir hier angeeignet habe wieder zurück in mein Land gehe ja du wirst dann Präsidentin von Bosnien genau ich habe große Ziele nein ich weiß was du mich fragst das ist mir schon schon klar aber ich glaube das es ist eine wirklich schwere Frage also die ich finde das ist sehr sehr schwierig weil ich da die Antwort nicht wirklich weiß also ich ich glaube dass ich mich selbst nicht mehr sehe in Bosnien zu leben so ich weiß nicht ob sich das ändern wird ob sich meine Pläne ändern werden und und ob ob ich nicht irgendwie in ein paar Jahren vielleicht gibt es dann eh die Strukturen vielleicht gibt es offene Jugendarbeit sogar in meiner Heimat und und so es kann sein dass ich da vielleicht irgendwie aber gerade sehe ich es nicht aber ist ja am Ende auch nicht schlimm das ist ja das Privileg von von unserer modernen großen Welt dass man ja eigentlich dahin kann wo man gern möchte und das heißt ja nie dass man nur wenn man vielleicht mal also nie überall das ist ja immer nie die Frage gewesen dass wir das alle können wissen wir ja es geht ja darum um die um einfach die persönliche Identität wo liegt meine Heimat das war ja die Ausgangsdiskussion und wenn ich sage meine Heimat ich habe jetzt sie hat jetzt für sich rausgearbeitet dass es eben die sozialisierte Heimat gibt und eben jetzt die selbst gewählte Heimat und jetzt zu sagen okay ich gebe irgendwann vielleicht muss ja nicht jetzt sein aber vielleicht in 10, 15 Jahren einfach von von meiner Sozialisierung was zurück es kann ja sein in Bosnien explodiert es jetzt und 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 die Situation verbessert sich komplett oder es wird eben schlechter und dann eben zu sagen bin ich offen um bereit zu sein auch die Frage konntest du jetzt vielleicht auch nicht 100% beantworten oder hätte so sagen können ich mache jetzt hier noch 5 Jahre und dann nehme ich mein Know-how und gehe da runter und baue dort eine Struktur der mobilen oder offenen Jugendarbeit auf in deiner Gegend das hätte ja sein können dass das so ein Ansatzpunkt gewesen wäre ne das ist mir schon klar aber also du hast schon recht habe ich erstmal gerade für mich diese Antwort gar nicht und ich also oder diese Antwort tendiert eher hin zu ne ich fühle mich hier irgendwie wohl und ich möchte auch hier bleiben und ich weiß nicht mir gefällt es auch hier andererseits ertappe ich mich um auch ehrlich zu sein so und wenn ich mit meinem Bruder spreche der ja nun jetzt irgendwie zwölf Jahre schon in Deutschland hier lebt seine eigene Familie hier gegründet hat und irgendwie ja ein Leben hier hat so ich erwische ich erwische uns wie wir wie wir so über diese Zukunftsvorstellungen oder oder diese Entwicklungen potenzielle Entwicklungen von von unserer Heimat zu sprechen und und uns denken wie würde das denn aussehen wenn wir alle und mittlerweile also wir sprechen jetzt von 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 meiner Generation in meiner Generation ich würde schon sagen dass so 80% ins Ausland gegangen sind zwar nicht alle nach Deutschland manche sind in Österreich manche sind auch in Frankreich oder im Norden weil ihr keine Perspektive in eurem Land gesehen habt oder weil das einfach der Reiz war rauszugehen ja also beides ich glaube die ersten also mein Bruder gehört zu der ersten Generation die einfach nur studieren wollten im Ausland so so quasi der war die letzte Generation die noch das Visum beantragen musste um überhaupt in Deutschland anreisen zu dürfen aber danach ging es ein bisschen leichter so aber er wollte da studieren und das der war da ging es sozusagen los und mit den Jahren wurde das immer mehr dass Leute irgendwie für Ausbildung nach Deutschland nochmal gehen oder oder um Jobs zu suchen so und ich würde sagen dass die Leute die jetzt vielleicht vier oder fünf Jahre älter sind als ich dass da der größte Boom an so okay wir haben hier keine Perspektive wir wir werden keinen keinen Job mehr finden hier es lohnt sich hier gar nicht erst zu studieren und so weiter also diese Resignation und aber auch oder dieser Gedanke okay wir müssen hier raus um überhaupt eine Perspektive im Leben zu haben da gab es einen Boom und da sind so viele Menschen gegangen dass es zu einem Hype wurde also es wurde zu einem Trend und mittlerweile ist es auch so dass es Arbeitsplätze gibt und dass es dass die Bezahlung auch nicht schlecht ist für bosnische Standards je nach Job so ähnlich aber wie hier ähm und dass die Leute einfach nicht mehr wollen und das ist jetzt normal nicht mehr weg wollen nee nee dass die Leute nicht mehr in Bosnien arbeiten wollen sondern sich denken okay wir wir gehen ins Ausland weil alle gehen ins Ausland aber das ist auch krass so ne wenn ich mir jetzt anschaue wenn ich in der Heimat bin äh aus meinem Freundeskreis sind exakt noch zwei Menschen wir reden von einer Gruppe an 16 Leuten oder so sind exakt zwei Leute noch unten geblieben und äh nicht irgendwo in Österreich oder in anderen Ländern unterwegs und die sagen ey wir haben ja eigentlich normale Löhne so wir haben Wohnungen uns geht's gut wir ist das alles okay aber wir haben keine Freunde mehr hier weil alle sind weg ne es ist halt quasi ne diese diese Frage ist es ein Hype oder ist es wirklich Perspektivlosigkeit es war früher Perspektivlosigkeit jetzt ist es eher so ein so ein Hype-Ding alle sind irgendwo draußen also beleben wir unsere Heimat im Sommer und dann lassen wir es irgendwie richtig dolle krachen und alle sind da äh und dann ist der Winter wieder trist bis zu Silvester und äh eben diese Frage die uns quasi beschäftigt wie wäre es wenn all diese Leute die jetzt irgendwo wo äh unterwegs sind in der Weltgeschichte und und da ihr Glück suchen und mit den ganzen Skills in die Heimat wieder kommen würden und was aufbauen würden was halt noch übelst cooler wäre und und den Menschen unten was bringen würde also es wird Bosnien ja am Ende gar nicht anders übrig bleiben als wieder Leute zurückzugewinnen egal in welcher Form also wenn du das wenn das so krass ist wie du es sagst ich bin ich gehe mal jetzt nicht von 80% aus ich denke das wäre das wäre zu zu toll aber wenn 80% der Jugendlichen das Land verlassen nee 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 ich meinte nur so in meine Generation gefühlt Leute aus meiner Klasse die ich so gesehen habe die jetzt um mich herum waren das ist ja viel dann am Ende und wie fängt denn ein Land auch in Klinosland wie fängt das denn sowas ab ich meine die Überalterung nimmt ja dann rapide zu demzufolge müsstet ihr auch noch viel mehr über Fachkräftemangel diskutieren als wir vielleicht weil ihr kommt ja letztendlich oder aus dem Ausland kommen ja viele Leute immer noch nach Deutschland auch wenn die Bedingungen vielleicht nicht mehr 100% sind aber das ist ja ein krasses Thema das wäre jetzt wieder vielleicht auch so eine Frage des Jugendaustausches können ja auch Leute sagen okay ich lebe gerne an einem Fluss und dass das auch andersrum funktionieren könnte das müsste man anstoßen jetzt vielleicht auch diese Frage haben mein Bruder und ich uns gestellt und zwar was machen wir mit unseren Eltern wenn die älter werden so und dann dann stellt sich so die Frage braucht man irgendwie Pflegekräfte aus dem Ausland na Bosnien ist jetzt nicht das typische Land für deutsche Jugendliche die hier raus wollen weil es auch nie kommuniziert wird Mexiko, USA keine Ahnung Australien das sind ja alles so Länder wenn aber sich rum sprechen würde wie schön das da ist und welche Möglichkeiten dort existieren und eine Werbemaschinerie entstehen würde bin ich mir sicher dass auch Bosnien genauso wie Amerika oder sonstige Länder interessant sein kann ach das wird ein Hype also da bin ich mir mittlerweile ziemlich sicher also dass dass die Deutschen nach Bosnien ziehen nein nee nee sondern dass Bosnien irgendwie auch touristisch attraktiver gemacht wird da ist ja aber es muss ja trotzdem dann am Ende auch die Touristen irgendjemanden versorgen das wird ja es muss ja Leute da sein die am Ende auch die Wirtschaft da ringsherum aufbauen aber wenn Leute kommen ist es natürlich auch dann entsteht ja automatisch was wo dann auch jemand sagt so dann mache ich was weiß ich einen Cammingplatz hier auf oder sowas so junge Leute die sagen was soll ich das woanders machen das würde aber bedeuten dass die auch wieder zurückkommen müssten das geht eine ganze Generation verloren also das stelle ich mir schwierig vor aber natürlich touristische Erschließung ist super ist ja in Albanien letztendlich nicht anders es läuft ja gerade genau so in die Richtung aber das kann auch kleinen richtigen Knall geben und dann hast du eben wie Albanien wo sie jetzt noch empfehlen hinzufahren und dann in 10 Jahren brauchst du nicht mehr hinfahren weil dann auch überall riesige Hochhäuser stehen mit Bogen von aber die müssen ja eben auch bearbeitet werden und das ist schon spannend und ob es da eben weil es eben Jugendliche wie die Helena eben sagt ich will hier weg da kann man ja auch als Alternative dann verschiedene Sachen ins Auge fassen du kriegst ja heute kriegst ja vorgefertigt die fahren alle nach Südamerika oder eben nach Neuseeland was ist so langweilig das ist so dieser vielleicht sogar dieser Hype aber dieser Hype weit weg also so dieses weg und weit weg ist vielleicht irgendwann mal ein Unterschied ich will halt was komplett anderes ich meine da sind wir ja irgendwie noch auf dem europäischen Kontinent das ist vielleicht noch mal so vom Kopf her so na gut das ist ja quasi um die Ecke aber landschaftlich ist es halt ein Traum hast du ja auch schon gesagt Markus was hast du denn den Jugendlichen gezeigt von deinem Land und erzählt von deinem Land wenn du gesagt hast du hast einige so wie als Reisebegleiterin betreut naja also ich was was haben wir denen gezeigt ich glaube wir wir haben oder ich habe denen die Städte gezeigt und und das wie die Menschen so drauf sind und drauf sein können so und ich glaube am Ende war das ja überhaupt ein Ding dass die da waren verstehst du also die die ganzen Jugendlichen aus Deutschland die waren da und die waren auch in dem Bewusstsein da dass sie jetzt in Bosnien sind und dass die jetzt nicht irgendwie aus Radebeul nach Berlin gefahren sind oder so das war ja überall allen klar dass sie in einer anderen in einer anderen Region und in einem anderen Land sind so das war ja schon die Reise abenteuerlich weil wenn ich dich mal unterbrechen darf es gab insgesamt also wir sind ja mit Bussen gefahren vier Grenzen glaube ich über die wir erfahren mussten also gut Deutschland Österreich ist ja noch okay dann gab es Österreich Slowenien Slowenien Kroatien und Kroatien Bosnien und je weiter wir nach Bosnien gingen umso länger waren die Grenzaufenthalte was für unsere Jugendlichen natürlich was ganz Neues oder Unbekanntes war dass man an Grenzen lange stehen muss und warten muss bis alles abgewickelt wurde und da war natürlich auch gut konnte man den europäischen Gedanken dort mal ein bisschen rüberbringen dass das ja wenn Europa wirklich mal komplett zusammenkommt dann auch keine Rolle mehr spielt solche Offenteile das wollte ich nochmal mit einwerfen ja also selbst die Fahrt war schon ein Abenteuer jeweils also wir waren da auch 12 13 14 Stunden unterwegs je nachdem wie lange wir an der Grenze verbringen mussten es sind ja auch also es sind ja von hier aus tausend genau tausend Kilometer bis runter und ich ich meine wie die das für sich dann bewerten ob die sagen ey schönes Land oder das was wir gesehen haben weil jetzt ja Natur gibt es auch hier in Radebeul oder so das ist dann wie sie das einordnen für sich so ich glaube euer Fluss hat klareres Wasser als die Elbe oder aber Fakt ist tatsächlich dass ich mir war es wichtig als ich nach Dresden gezogen bin war es mir irgendwie doch wichtig an einem Fluss irgendwie in der Nähe von einem Fluss zu wohnen und ich meine mein Zuhause in Bosnien ist ja direkt am Fluss und das hat mich immer so gefreut und ich wusste aber auch nicht dass ich das so sehr mag bis ich dann weg davon war und dann war es doch so okay Wohnung wird dann eher so in Elbennähe sein und jetzt bin ich auch nochmal umgezogen innerhalb von Dresden und es war wieder an der Elbe also es ist schon irgendwie wichtig obwohl es nicht so sauber ist in der Elbe habe ich jetzt nicht das Bedürfnis zu baten aber es ist ja trotzdem toll wie es zu DDR-Zeiten war aber die Elbe war schon deutlich sauberer 10, 15 Jahren war die deutlich sauberer also jetzt jetzt ist es echt wieder ein Dreckfluss das ist echt aber immerhin Fluss also ich muss ja Fluss Fluss also vom Fluss her war es auf jeden Fall dann ein Kulturschock weil der ist ja schon anders als die Una Na das auf jeden Fall aber nochmal zurück jetzt zu dem Jugendaustausch zum Internationalen etc gibt es denn Pläne Markus hast du denn Pläne im Kopf was du gerne verwirklichen würdest oder wo du drüber nachdenkst das in den nächsten Jahren vielleicht umzusetzen und jetzt nicht zwingend nur Bosnien vielleicht gibt es auch andere Länder die dich interessieren wo du sagst okay da würde ich gerne mal mit Jugendlichen hinfahren konkrete Pläne gibt es nee aber es wird schon immer mal was im Kopf rum dass man mit Jugendlichen schon den Weg wieder raus suchen sollte also das liegt mir schon am Herzen immer noch lag mir damals schon am Herzen vielleicht ist auch darin begründet dass mein Vater Ungar war und aus Ungarn hergekommen ist und ich auch als Kind viel in Ungarn war und da so das normal war für mich auch mit den ungarischen Kindern da in Kontakt zu sein und so weiter das hat sich vielleicht so bei mir entwickelt und das gerne weitergeben würde ich schon aber erstmal sehen also konkrete Pläne gibt es da nicht es gibt so ein paar Ideen mit den Kommunen in denen ich tätig bin dort auch in Richtung Westen also Frankreich mal was zu entwickeln Belgien ist auch eine interessante Sache weil es dort dann Partner Kommunen gibt mit denen man da auch einen Austausch gestalten kann ja einfach mal abharten was passiert und ist natürlich auch schwierig Kollegen zu gewinnen und Kollegen die dort das Ding auch mit durchziehen weil das ist schon ein ganz schönes ein ganz schöner Batzen den man da an Arbeit vor Arbeit dann während dieser Sache auch natürlich die ganze Verantwortung und Nacharbeit und dort muss man einfach auch jemanden finden der zuverlässig ist und mitzieht sonst bringt es auch nichts also ich war zweimal mit Jugendlichen in der Ukraine auch von hier aus mit dem Bus einmal und immer sind wir auch geflogen also das ich für mich ist das das war okay und ich habe das aber als Kapitel ist das abgeschlossen da habe ich auch keinen Drang danach das ist irgendwie die Tendenz ist bei mir schon auch so ein bisschen also man wird ja bequemer mit dem Alter aber heißt das nicht dass man kein Interesse mehr hat aber man kann es ja wie gesagt ich habe es ja auch nicht gesagt aber wenn es eben darum geht jetzt zu sagen okay ich muss jetzt unbedingt neue Grenzen ich denke das ist eher so ein Ding vielleicht auch der Jugend am Ende auch zu sagen okay Grenzen zu sprengen und rauszugehen und rauszufahren wir haben noch Energie genau ihr habt noch Energie wir zwei Walrosse wir haben keine Energie mehr also wer kommt denn jetzt hier rüber du bist noch gerade so in der Mitte ja ich bin genau in der Mitte wir haben so viele coole Sachen erlebt in unserer Jugend wir können davon so lange zehren dass wir jetzt im Alter unsere Oma zurücknehmen können ja aber das ist ja genau das so dieses sich halt auch vorstellen wie es in anderen Ländern ist finde ich auch extrem inspirierend also ich habe jetzt mal erzählt es gibt so einen Fahrradfahrer der jetzt durch Afghanistan gefahren ist habe ich drei Folgen oder vier Folgen auf YouTube gesehen und da wäre ich im Leben nie hingefahren so und der ist einfach so mit dem Fahrrad durch hat das gefilmt und auch so gezeigt was ihn so beschäftigt hat und da ist mir irgendwann bewusst geworden so genau das dieses vor Ort sein und auch diese wie du es ja am Ende auch hattest mit den mit den Jugendcamps das war ja nicht nur eine Woche sondern ihr wart ja da drei drei Wochen drei Wochen das ist dann schon nochmal eine andere Intensität also du du lebst ja da so ein Stück und wenn du dann halt noch mit mit Leuten vor Ort so wirklich Kontakt hast mit denen was zusammen machst dann dann ist ältest Peter auch im Kopf glaube ich nochmal jung ich habe ich habe mit Ukrainern im Titi auf irgendeiner Bühne gestanden vor ich weiß nicht 200 Kindern mussten wir dort was einstudieren mit unseren Jugendlichen das war es ist mir nie in schöner Erinnerung dann war es vielleicht die Form also es war es war es war anders es war einfach jetzt wo ich sage okay ja aber es war eben wie so dass es mich jetzt inspiriert hätte da jetzt noch weiter raus zu gehen und noch mehr damit zu machen aber mit dieser mit dieser Partnerstadt Oburov war das ja wo damals hier Ukrainer nach Radeboll kamen haben ja auch ein paar gezeigt wie die hier auf dem Weinfest genau das getanzt haben wahrscheinlich was du dann in der Ukraine getanzt hast das ist dramatische Erfahrung und die sich auch daran erinnern konnten dass die hier waren und genau das was ich gerne noch sagen würde ist auf jeden Fall dass die Jugend heute das auch bewusst sich machen sollte dass sie überhaupt die Möglichkeit haben in fremde Länder zu reisen das war uns ja nie so gegeben bis auf die Ostblockländer und auch Jugendliche zu treffen also ich habe eine Erinnerung ich war mit 17 dann mal wieder in Ungarn ich habe dort am Ballaton eine Gruppe westlicher Jugendlicher kennengelernt ich habe dort auch ein Mädchen kennengelernt erzähl als ich dann auf dem Rückflug war wurde ich wirklich beim Zoll rausgezogen einzeln und es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen mich eröffnet mit den Worten sie haben jemanden kennengelernt am Ballaton Adresse Informationen alles jetzt raus und das war für mich die Sache wo ich gedacht habe das geht ja gar nicht also da muss ja wirklich auf mich kleinen poplischen Jugendlichen dort jemand angesetzt gewesen sein warum auch immer also ich war kein Geheimnisträger sonstiger Sache und die haben festgestellt ich habe dort eine Jugendgruppe kennengelernt und haben das dann gemeldet wahrscheinlich nach Dresden oder so an die Stasi und es wurde dann ermittelt habe ich dann noch viel später jetzt vor ein paar Jahren in der Stasi-Akte gelesen die ich mir auch einmal geholt habe das war dann richtig der Wortlaut auch dieses Verhör und so weiter aufgeschrieben und das war eine ganz jetzt sehe ich das witzig aber damals war es schon eine ziemlich komische Situation und das den Jugendlichen heute klar zu machen dass die ja wirklich reisen können und sich treffen können mit Leuten wie sie wollen das ist schon wichtig was es ja auch klar macht ist dass egal wo du herkommst dass man einfach ein Draht zueinander finden kann ist egal ob du einen Schleier trägst oder keine Ahnung dunkle helle Hautfarbe lange kurze Haare hast ist eigentlich total Wurst weil wir können halt alle irgendwie miteinander klarkommen wenn wir halt aufeinander zugehen so und das Kommunizieren genau Offenheit Interesse Neugier das sind so glaube ich keine Angst zu haben einfach rauszugehen diese Angst zu überwinden und zu sagen okay ich komme hier auch weg und ich kann das auch bewusst leben die Möglichkeiten sind ja da so man soll es nur ergreifen so es wäre ein gutes es gibt noch andere Länder als Mallorca wahrscheinlich Ich finde zur Völkerverständigung so könnte man könnte man das ja auch oder hat man das früher genannt trägt ihr auch das Essen bei Ja Das muss man kurz jetzt muss man kurz Wir haben in Bosnien raus hier kurz Wir haben in Bosnien haben wir ja Koch Abende gemacht gemeinsam und ab dann das war mal ganz witzig da haben wir wie war das gleich bosnischen Gulasch und Bratkartoffeln deutsche Bratkartoffeln und also alles so ein bisschen Ich habe die kombiniert alles zusammengekommen Es gab ja richtig Kochteams so und das dann Das hat eigentlich funktioniert und auch geschmeckt also absolut cool Was sind denn eure Lieblings bosnischen Essen? Ja also ich muss sagen bei dieser Frage ich weiß nicht es gibt so es gibt so Fragen die man als Mensch aus dem Ausland so gestellt bekommt Ne also das Und weißt du und dann kräuselt sich bei mir alles so in mir zusammen Sag ruhig mal dass Robert auch schlechte Fragen stellt Ich stelle immer mal schlechte Fragen Das gehört dazu Die Klassiker Die musst du aushalten Ich finde wenn ich wenn ich in Länder reise dann fahre ich in das Land auch des Essens wegen also ne tatsächlich ich finde das total interessant und Ich weiß nicht Ich finde es irgendwie War eine Scheißfrage Okay Also wir haben in jeder Folge eine Scheiß Robert Ich fand die Frage nicht Gar nicht Die war nicht schlecht Deutschland Ich kann schon Ich hatte gerne deutsche Roulade Was ist denn da das Problem Ne das ist kein Ne das ist gar kein Problem sondern man hört es einfach irgendwann viel zu häufig sodass irgendwie ich mir denke oh jetzt kommt die Frage schon wieder und jetzt kommt die wieder um die Ecke Die Essensfrage Beispielsweise ist die Essensfrage häufig ganz häufig und das ist aber vollkommen in Ordnung Ich glaube Weil du nie gern kochst oder was Ah stimmt Dieses Thema gibt es ja auch Ich koche in der Regel auch nicht Nein Ich glaube so das Leckerste was ich empfehlen würde in Bosnien zu essen ist so Lonuts Bosnenski Lonuts das ist so ein Eintopf mit Fleisch und ein bisschen Zwiebeln aber halt so mit einer dicken fetten Schicht Öl drauf und Salz und Fleisch und eben ein bisschen Zwiebeln aber ja genau das ist glaube ich so vielleicht auch eins meiner Lieblingsgerichte wenn ich in meiner Heimat bin und so bosnische Baklava so das sind auch so Burdek auch Ja war ich nie Fan von Burdek ist ja von der Definition her so so Blätter so so Teig mit Fleisch gefüllt und dann gibt es noch Siernica das ist mit Frischkäse da war ich immer ein Fan von oder bin ich noch und das mit Fleisch eher nicht aber gehört zum traditionellen Essen Okay welches Essen hatte ich denn am meisten abgeholt Markus Ja an der Una war natürlich Fisch fantastisch also die Fischgerichte da in wie hieß die Kneipe von mir Papro dann Papro genau liebe Grüße das klingt so toll die Kneipe lag direkt an der Una und du hast gedacht der Fisch sprang gerade noch da in der Gegend rum Bis die den Lohn gebracht haben Ups Der sprang noch gerade rum Jetzt ist er auf dem Teller So war es Und was war für dich die schönste Erfahrung in Deutschland also hast du das neu kennengelernt wenn wir beim Essen bleiben jetzt wo du sagst okay das schmeckt mir ganz gut Art Katafeln Boah jetzt kommt die Keule die Dresdner Eierschäcke tatsächlich also das eröffnet Ich dachte der Mohnenkuchen war das Hast du niemals gesagt der Mohnenkuchen? Nein Mohnenkuchen Nein Eigentlich mag ich ja meistens Kleckskuchen Das ist so Naja ist ja Mohn gemischt mit Mit allen Dingen Doch Kleckskuchen ist so Mohn, Quark, Streusel, Marmelade, Kirschen und halt so Klecksboden Das wäre wirklich genial Ich hätte Züpfkuchen Nein Klecks ist wieder oder? Nein Klecks ist echt Das ist meine Lieblingskuchensorte aber das kann ich also das kam mir so ein bisschen bekannt vor weil so Dresdner Eierschäcke hat mich schon dann so glaube ich kulinarisch am meisten überzeugt Und jetzt noch eine schlechte Frage von mir Gibt es auch Dönerläden in Bosnien? Ja Das ist auch ganz normal Also die sind europaweit wahrscheinlich also das Die sind vertreten Aber wirklich deutlich schlechter als hier Ach was Ja Deutlich schlechter Was ist da der Unterschied? Das Fleisch ist nicht lecker Obwohl ich sagen würde so dass das Fleisch in Bosnien irgendwie deutlich besser schmeckt Ich weiß gar nicht ob das jetzt so wirklich irgendwie mit der Fleischqualität zusammenhängt oder ob das nur so mein mein Gedanke ist aber in dem in dem Döner ist da eine Ausnahme Dönerfleisch in Bosnien schmeckt Mir persönlich nicht so Genau Sehr gut Wollen wir noch was zum Trinken? Sagen wir durch Oh Erzählt Zum Selbstgebrannten Noch sind wir on air Zum Selbstgebrannten Schnaps Markus hat er dir hat es dir hat es dir gemündet Sagt man das so? Das ist lieber Gemündet Na ich finde das ist immer schön wenn man beim gemeinsam zusammensitzt und dann gibt es den Schliefer das hat schon so ein bisschen was Einen was? Einen Schliefer Schlieferwitz Das ist ein Pflaumen Schnaps in Bosnien meist Selbstgebrannt oder? Ja Und das ist ja auch meistens dann so ein habe ich das Gefühl so wie ja pass mal ich habe jetzt meinen Schliefer hier kostet mal der schmeckt und das ist dann wie so ein Wettbewerb das wäre am besten Ja Finde ich absolut cool und aber auch ein gewisses Kultverhalten also das kann man schon sagen Ja es ist ein Ding also das ist wirklich ein ein Ding so und ich weiß noch ganz genau dass bei uns im Wohnzimmer hinter der großen Vitrine noch so ganz viele Flaschen an selbstgebrannten Schnaps sind und da drauf das sind müsst ihr euch mal überlegen das sind so Flaschen von Wein oder von von irgendwas anderem manchmal sind es auch teilweise so Plastikflaschen von Cola oder von Fanta und drinnen ist dann diese selbstgemachte Brühe und da steht so mit einem Edding oder mit einem Kuli drauf einfach von Hamdorf oder von und dann kriegt man das so halt als Geschenk oder so von den Leuten es sind häufig Menschen aus der Nachbarschaft oder mein Opa hat jahrelang selbst Schnaps gebrannt und und wir sind so als Kinder in die Wälder gezogen und haben das so uns gesammelt okay für den Schnaps und das war das war ein soziales Gathering also da saß man war dieses riesen Ding wo man das dann drinnen gebrannt hat und dann saßen so ganz viele Menschen aus der Nachbarschaft man kam zusammen man hat dann zusammen das gekostet und und dann wurde das so weiter verschenkt und es ist schon ein Kulturgut könnte man durchaus so sagen ja ohne dass wir jetzt das natürlich der Jugend nahe bringen wollen Schnaps zu trinken aber das gehört einfach wir sind ja hier auch in einer großen Weingegend genau also ich fand es wirklich cool und interessant und dass es da wirklich Unterschiede gibt in der Qualität und im Geschmack du musst mal noch auflösen im Pegel beim Machen damit hängt es zusammen auch wenn das jetzt so gar nichts mit dem Schnaps zu tun hat du hast vorhin gesagt dass manche Wände halt nie oder von den Häusern nie verputzt sind und so und das hat einen Grund könnt ihr mir denn noch erklären? bist du? ich vielleicht ich weiß jetzt nicht ob du noch einen anderen Gedanken hast aber es gibt so bei uns in der Heimat ganz viele Häuser mit einer alten Fassade die ganz viele Einschusslöcher hat und es ist nicht also es gibt zwei Gründe bei so Rathausgebäuden und so wird schon geguckt dass das meiste dann ausgebessert wird aber manches steht auch mit Absicht da als Mahnmal einfach also dass das möglich ist und dass das nicht noch mal passieren soll es ist auch so ein bisschen eine Erinnerungskultur Erinnerung genau es ist eine Erinnerungskultur und ein Mahnmal und ja Privathäuser die die jetzt noch irgendwie Einschusslöcher haben vielleicht ist es auch eine Erinnerungskultur von den Menschen aber es hat auch manchmal einen pragmatischen Grund wie die Leute können sich das einfach nicht leisten ich weiß in den griechischen Ländern die haben auch manchmal eine Seite nie verputzt und das hat dann aber steuerliche Gründe weil die dann irgendwie über Steuern zahlen müssen den kann ich so wurde mir so von Bäuschen mal erzählt dass solange ein Haus nie verputzt ist ist es dann nicht grundsteuerpflichtig oder so keine Ahnung ob das stimmt das wusste ich gar nicht also das sagt mir aber ich ja es ist auch so ein Ding dass sich ganz viele so Gesetzesmäßigkeiten und ich weiß nicht diese politischen Strukturen innerhalb von Bosnien auch nicht ganz durchblicke ich bin mit 18 weg gewesen so und ich glaube vor 18 hat man sich da auch sowieso nicht sonderlich viele Gedanken darüber gemacht und das ist dann auch so eine Lücke die so geblieben ist und hast du jetzt das Gefühl wenn du in deiner zu Hause bei deinen Eltern in Bosnien bist und wahrscheinlich auch viele andere die in anderen Ländern so verstreut leben mal wiederkommen hast du das Gefühl auch im Austausch mit denen die noch vor Ort leben dass das was du mal erzählt hast diese Jugendgruppe oder Jugendorganisation die sich gegründet hat um mehr Austausch zu haben nichts nicht immer so gegeneinander zu spielen sondern auch innerhalb des Landes sich zu befrieden dass das gefruchtet hat dass die Leute mehr auch innerhalb des Landes miteinander besser klarkommen naja für uns damals hat es auf jeden Fall was gebracht und die die Organisation die gibt es ja immer noch und die ist immer noch aktiv also die werden schon ganz viele junge Leute begeistern und bewegen so und die meisten die sich da erstmal engagieren sind Leute die Bock haben rumzufahren und zu feiern so das geht ja unter dem Deckmantel und so kriegt man auch die Jugend zumindest hat man uns so gekriegt aber das was dann so Nachhall erzeugt das sieht man ja erstmal in dem Moment wo das stattfindet vielleicht nicht direkt aber du bist ja jetzt ein bisschen älter du weißt mir ist es total egal ob du jetzt aus dem Norden oder Süden oder Westen von Bosnien kommst so wir sind doch alle ein Land am Ende geht es uns ja hier in Deutschland genauso egal ob du jetzt aus Ostdeutschland Westdeutschland Süden Norden kommst das ist ja völlig Wurst ich glaube das fruchtet für die Leute die das machen und die drinnen sind fruchtet das auf jeden Fall immer noch und es lebt weiter so und das ist schön aber wie jetzt das politische Klima bei bei den Menschen die in Bosnien noch leben ist das weiß ich gerade um ehrlich zu sein gar nicht so richtig also ich weiß auch gar nicht wann die Wahlen sind tatsächlich und wieso die Grundstimmung ist das bin ich einfach zu wenig im Thema am Ende wahrscheinlich auch wie überall das geht ja darum also so verstehe ich dieses Projekt auch dass man im jungen Menschen eben diesen Hass auf Anderssein nimmt uns als oder die alten Menschen oder die damals den Krieg angezettelt haben die wirst du im Denken nicht mehr verändern aber die junge Generation mitzunehmen und zu sagen hier lasst uns alle was zusammen machen um das Land zu befrieden das ist ja deswegen ja die Frage dass vielleicht jetzt schon auch ein anderes Gefühl so im Land ist naja klar ich meine es ist ja 30 Jahre her und die Organisation wird es ja dann wahrscheinlich auch schon eine ganze Weile geben ja ja und die sind auch dran und die machen auch ganz viel so von dem her ich glaube schon dass da wenigstens die jungen Menschen irgendwie versuchen miteinander Frieden zu schließen so denn der Balkan an sich ist ja noch wie Froni befriedet ne wenn du das hörst wie das dort an manchen Grenzen abgeben so für uns hat es voll und ganz hingehauen und so für diese Generation für meine Generation und die Leute die da mitgemacht haben hat es ja voll und ganz hingehauen so und ich glaube jedes Mal wenn mindestens eine Person da irgendwas für sich mitnimmt und den Horizont ein bisschen erweitert und die trägt es weiter und dann so verbreitet das freutend sind sie denen genau genau das trägt zur Genesung bei auf jeden Fall und heute sitzen wir hier im verregneten dunklen Radebeul und ich habe auf die Wetterkarte geguckt in Bosnien gibt es eine schwere Hitzewarnung ja na dann ab ins Auto los geht's ist es so der richtige Zeitpunkt jetzt das Gespräch zu beenden genau und den Summer Rain zu genießen den wir hier auf der Haustür haben ich schriege euch liebe Grüße sonnige Grüße weil ich mache tatsächlich am Freitag runter erstmal Richtung Balkan und dann viel Spaß euch bitte echte Partys na dann danke für eure Offenheit und für eure Einblicke in die Jugendbegegnungsszene ja und dir Energie Markus du hast ja gesagt dass wir da wirklich vielleicht dranbleiben und du vielleicht das auch an jemand anderes aus der Jukko vielleicht auch speziell weitergeben kannst der da Bock drauf hat alle Blickrichtungen in meine Richtung das war jetzt nicht so aber es gibt ja wir haben ja auch noch andere junge Leute die da eventuell auch Interesse dran hatten vielleicht sowas perspektivisch mal weiterzuführen was du da angeleiert hast wichtig scheint es ja zu sein europaweit und gerade jetzt bei den Tendenzen die es gibt dieser Nationalismus der da überall wieder gerade sowas dann und wir als Jukko können da vielleicht auch ein Stück weiter dazu beitragen also wir wollen auch ein Stück weiter zu beitragen wir wollen auch ein Stück weiter zu beitragen wir werden auch ein Stück weiter zu beitragen und da war diese Podcast Folge natürlich ein erster guter Beitrag dann vielen Dank fürs Zuhören bis zur nächsten Folge danke Markus und Nera und Peter ja danke danke genau und dann würde ich mal sagen wir entlassen euch in das was ihr jetzt noch so vorhabt und hören uns demnächst wieder ciao überall da wo es Podcasts gibt das klingt so schön